Okay. Dann suchen wir mal. Apropos. Oh. Ah! Ah! Woo! Lightning Flash! Schon weg? Ja. Ah, da vorne. Ah, da vorne. Apropos, apropos. Wir sollten, glaube ich, jetzt mittlerweile die Dings voll haben, ne? Ja, 80.000. Nein, immer noch nicht. Verdammt. Vorne ist auch noch was. Ich hatte gehofft, weil wir ja bei dem 41.000 bekommen haben für Schauspiel. Oh, hier ist noch ne Bühne. Ist das die, die wir noch nicht hatten? Ich glaube schon. Ja. Das ist die, die wir noch nicht hatten. Das ist die erste Bühne, die wir, glaube ich, gesehen haben. Oh, hier hatten wir als erstes den Sohn. Oh, hier hatten wir als erstes den Sohn. Ja, hier. Ja, hier. Ja. Ich glaube, er ist auch nur... Ja. 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 those words she approached carefully so the dragon would ignore her steps okay the tactician is correct we require a plan before we fight er gesagt wir nähern uns leise um noch was zu sagen deswegen okay ich hab ja dabei sagte aber gut dann dann muss man sagen dass der plan durch ist correct we require a plan before we fight thanks to my servants die schnauze halten er wacht bestimmt gleich auf wir quatschen die ganze zeit obwohl sie die mutter halten we're going behind why does he falter did he get entangled in a struggle he promised to quill all draconic cataclysms perhaps he is torn between myriad schemes er hat kein plan faith and cynicism the cautious tactician remains silent his face one of dismay and gloom jetzt kommst du dran the dragon beckens please enlighten us about the stratagem stratagem no stratagem can be perfected so quickly for a situation this grave more time is vital this merciful enlightened one shall grant thee all the time in the world only at dusk will i call the dust to yeah kirk the evil dragon speaks it was simply feigning sleep to lorus and peril chap p attendants be shook where he stood stopping just short from falling to his knees Tja, ich glaube, auch das hat nichts gebracht. Okay. 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 Dann ist das die Prinzessin, ne? Also kann ich eigentlich gar keine Fehler machen. Okay. Tja. Ich glaube, das war der Betrunkener, ne? Ja. Okay. 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 Ja. Ah ja, er hier, ne? Ja. Ja. Einfach ziehen die Hose. Also die Geräuschkulisse im Hintergrund. Oh. Oh. Um. Oh. 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 Oh Gute Frage! Warum ist das jetzt mal so kompliziert? Ähm, ja, weil er irgendwas mit dem Magen hat, irgendwie was Falsches gegessen und wahrscheinlich Durchfall. Geh auf die Bühne! Geh auf die Bühne! Tja. Ach, komm. Geh auf die Bühne! Die andere Bühne hat sich plötzlich verabschiedet, als er zu... Ich bin die letzte Linie der Bühne! Tja. Wir können das nicht aufhören. Als Gehäu, ist es auch dein Beruf, um den Publikum zu retten, um den Publikum zu genießen? Das ist wahr. Es ist immer dein Beruf... ... zu performen auf eine Szene. Die Leute warten. Es gibt keine Zeit, um zu wundern. Ja. Let's bring him over! Python ist definitiv, äh... ... zu krass. Ähm... ... ... ... ... ... Ah, ja. Jetzt... Jetzt kommt unser, äh... ... Kumpel hier. Komm her. Okay. The cunning dragon still snapped up the prize in one take. If I had worked harder during training, I wouldn't feel so helpless today. Yeah. I don't know how much it would be. Okay. I don't know how long it would be. Actually flew off. Is this an answer from this world? Yeah. My most distinguished guests, please hear me. I'm sure you have watched the first four acts. I hope you've been enjoying the show. The stage is now set for the final act. I'm so excited I could cry. Okay. There is still something I need to follow up with backstage. I am terribly sorry that I cannot escort you to the final stage personally. But I'll see you there. Okay. 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 Ja, okay. Dann sehen wir uns halt da. Ah, ja. Können wir das Finale machen? Ich hoffe, ich schaffe das noch in den letzten 20 Minuten. Ja. Nein, nicht, ne? Sollten es nicht 20 Minuten werden. Oh, das müssen wir danach noch machen. Das Spiel muss ich auch noch anmachen. Also, Trials of Mana, ne? Für den Stream. So. Oh. Okay. Tja. Tja. bis auf einer Ja! Ja! Ich siehe hat COMMAND Das ist die Ja, das war der hier, dessen Namen man ja überall kennt, ne? Ja. Das war der, der hier, der Stratege. Nee, nee, das ist nicht der. Glaube ich. Ja, hier. Ja. Oh. Okay. Ja. 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 Sie sind glücklich, selbst wenn es nicht möglich ist. Huh? Der Dragen sieht... strange. Warum ist es auf der Kante? Lass uns hören, was es mummelt. Ich sollte nicht überrascht die Menschen, oder so glücklich sein. Jetzt, dass mein Stomach ist, Ich hab was Falsches gegessen. Komm mal her. Mein Herz ist voll von Mut. Ich werde meine Rapier mit Freude nehmen. Schau! Es gibt einen Ort über dem Herz, der nicht mit Skalas vergrüßt. Geh es runter, während es noch nicht vergrüßt. Vögel, Drogen! Ich versuche dich, um zu retten, meine Königin! Okay. Yeah. Ah. Ich kriege Gänsehaut. War schon cool. Naja, fast. Oh, the show was a resounding success. Our thanks to all of the actors and actresses and our thanks to everyone who came in to support us. We were the only guests. Well, traveler and Paimon, I really appreciated your undivided attention. Oh, it felt just like the relentlessly piercing gaze of the evil dragon. Mm-hmm. Oh, yes. The title is Tale of the Sword-Wielding Princess. Yeah. Well, uh, it's just like how the five Kasen are usually portrayed in four poems. Yeah. Well, anyway, the important thing is not the sword in the hand, but the courage in the heart. Ah, yeah. Back to business. Now that the curtains have closed, I would like to take this rare opportunity to invite the traveler and Paimon to take a photo with the crew. Please don't refuse. Come on. Ja, klar. Natürlich. Warum nicht? Is everyone ready? Three, two. Okay. Yay. Yay. Aber nochmal rauszoomen. Haha. Okay. Okay. Alle umgeschmissen. Are you sure that the photo is fine? Bestimmt. It's totally fine. A commemoration picture could always benefit from a dose of quirkiness. Thank you again, traveler in Paimon. Okay. Summer. Wonderful Summer. Oh, the good times never last. Okay. Aber ich würde erstmal... Oh, cool. Wir haben ein Foto bekommen. Ja. Oh, 30.000 Mora. Damit. Damit, damit, damit. Können wir jetzt... Ciao! Endlich aufwählen. The limit to one's power. The limit to one's power. Ja. Gut. Das hätten wir jetzt gemacht. Ähm... Hier. Nochmal kurz rein. Bevor ich gleich die Aufnahme pausiere. Genau. Das nehmen wir auch nochmal mit. Ja. Ist in Ordnung, ne? Hier haben wir, glaube ich, schon alles. Und hier auch. Okay. Dann würde ich sagen, ich pausiere erstmal, damit ich gleich streamen kann. Und, äh, ja. So, jetzt nachdem das, äh, mit dem Streamen mehr schlecht als recht lieb, weil dauernd die Playstation meinte sich, äh, vom Internet auslocken zu müssen, hoffe ich doch, dass das jetzt hier besser läuft mit Genshin. Und das nicht andauernd das Internet ausfällt, beziehungsweise das Internet ist ja nicht ausgefallen, sondern, ähm, das Internet war da und die Playstation so, nö. Kein Bock. Keine Lust, weil ich hab mein Chromebook direkt daneben. Und das sagte so, pff, ich weiß nicht, wovon die Playstation redet, also Internet ist da. So. I don't know. Vielleicht brauche ich doch irgendwann mal ein Dings. Hier, ähm, wie nennt man die Dinger nochmal, mit dem man auf ein Dings hier gedönst? Ihr wisst, was ich meine. Es gibt so Geräte, wo man dann die Playstation mit dem Computer verbindet und dann aufnehmen kann. Vielleicht muss ich's dann doch irgendwann so machen, dass ich doch nicht über PS Share aufnehme, beziehungsweise, äh, streame. Warte, mach keine Dummheiten. Nun, ich verstehe es. Manchmal holen dich unerklärliche Schwierigkeiten ein. Vielleicht lassen sie sich sogar glauben, dass deine Umstände unabänderlich sind. Der denkt, wir gehen Selbstmord. Warte einen Moment. Ich verstehe dich, ich verstehe es. Auch ich war schon in solchen Schwierigkeiten. Ich verstehe, dass die Entscheidungen, die wir treffen, manchmal der Höhepunkt von zu vielen negativen Gefühlen sind. Äh, nein, du. Vielleicht könnte ich meine Worte nicht trösten, aber ich sag dir, dass das Leben weitergehen muss. Damit wir noch mehr schöne Dinge erleben können. Ja, klar. Die Aussicht, gemeinsam zu sehen, das ist doch wunderbar, oder? Du musst an solche Dinge glauben, ja? Es wäre eine Schande hier aufzugeben. Die Dinge mögen jetzt schwierig erscheinen, aber bleib hartnäckig, sage ich. Bleib hartnäckig. Ähm, danke. Ja, danke, danke. Mach weiter so, du schaffst das. Ich kann fliegen, du Bastard. Ah, sorry. Er meint es ja nur gut. Ich meine... Eieieieiei. Ich bin nicht suizidal. Erst recht nicht ingame. Mehr sage ich dazu nicht. Also, ich glaube nicht, dass Luminale suizidal ist. Ich kenne das Gefühl, aber... Nee, nee, nee. Ich bezweifle es irgendwie. Ich habe nicht so das Gefühl bei ihr, dass sie gleich irgendwie sich in den Tod stürzt. Ich meine, aus Versehen sind wir schon mal abgestürzt, aber das war was anderes. Ach komm. Ernsthaft? Dankeschön. Ich will einmal hier hoch und den Pilz mitnehmen. Okay, ähm, hier haben wir das... Aber warte mal, da war noch was, ne? Warte, warte, warte. Da! Ich meine doch. Da war doch noch was. Äh, soll ich mit ihm reden? Mhm. Okay. Was ist das, was du hältst? Hast du es? Spare mir, du wütigst, Slander! Nee! Ich bin auf diese Schinne bei Chance allein. Hm. Lass mich mal sehen. Ja, wie ich dachte. Das ist das Ding, das die Prinzessin verloren hat den anderen Tag. Was? Ich versuchte dir, dass ich es gefunden habe. Unless... Vielleicht jemand versucht mich zu... Främmen? Främmen? Ich darfst du... Ich darfst du... Ich darfst du... Ich darfst du... Oh, schoob, ich habe wieder meine line. Seriously? Du hast nur ein paar Linden. Uh, nächste Linden, bitte. Es ist, ich darfst du, Stole es, Vile Fiend. Und, remember, wir wirklich wollen das Aggression kommen. Ich darfst du, Stole es, Vile Fiend. Okay, gott. Let's try another take. Oh ja. Oh ja. Okay. Ich glaube, es ist der Drehbuchautor. Dankeschön. Ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes geschrieben. Na komm mal her. Ich wechsle schon mal. Komm! Mach! Ich wechsle nicht. Ich wechsle nicht. Ich habe schon 50.000 Mal nach unten gedrückt, aber... Ne! Er wechsle nicht. Ich wollte eigentlich Jau ausrüsten, aber... Ähm. Oh, er wechsle gar nicht! Cool! Ich glaube, das ist ein Hindertes wieder weg. Ja! Das... Ja. Okay. Cool. Dankeschön. Oh nein. Das Problem geht weiter. Einen Moment. Okay. Alright. Oh nein. Entschuldigung.